Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs beheben. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Behebt, behub oder behub, hat behoben. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich behebe. Du behebst. Er behebt. Wir beheben. Ihr behebt. Sie beheben. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich behob oder behub. Du behobst oder behubst. Er behob oder behub. Wir behoben oder behoben. Ihr behobt oder behubt. Sie behoben oder behoben. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe behoben. Du hast behoben. Er hat behoben. Wir haben behoben. Ihr habt behoben. Sie haben behoben. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich behebe. Du behöbest. Er behebe. Wir beheben. Ihr behebet. Sie beheben. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich behöbe oder behübe. Du behöbest oder behübest. Er behöbe oder behübe. Wir behöben oder behüben. Ihr behebet oder behübet. Sie beheben oder behüben. Den Schluss macht der Imperativ. Behebe du. Beheben wir. Behebt ihr. Beheben sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb beheben. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald.